Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erlebt. Mein Name ist Michael Bendorf. Meine innere Jahresuhr sagt mir, dass ich bald Urlaub haben werde. Das spüre ich schon richtig innerlich. Ich merke, es sind nicht mehr viele Tage. Und dann kommt diese lange Sommerpause, vergleichsweise lange Sommerpause. Und ich bin in diesen Tagen auf einen Vers aus dem Markus-Evangelium gestoßen, wo ich so dachte, ach, das passt eigentlich recht schön so im Hinblick auf meine innere Uhr. Da sagt Jesus in Markus 6, Vers 30, ich zitiere, Komm, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Und Markus ergänzt dann, denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Nun, diese Worte haben mich wirklich inspiriert, haben mich angesprochen. Da ist diese persönliche Einladung von Jesus an seine Nachfolger, an seine Jünger, Komm, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind. Ich dachte, das ist irgendwie noch mehr als, komm, wir machen mal eben eine kurze Auszeit oder jetzt kann ich mal irgendwie in den wohlverdienten Jahresurlaub gehen. Nein, da höre ich diese Sehnsucht von Jesus heraus, dass er wirklich mit denen, die ihm nachfolgen, eine gute Zeit haben möchte. Komm, komm, wir gehen an einen einsamen Ort. Ich spüre darin so wirklich so diese Sehnsucht, dass Jesus mit uns, mit dir, mit mir Gemeinschaft haben möchte. Das ist eine Einladung. Da drückt sich etwas aus von dem, was er auf dem Herzen hat. Er möchte mit dir, er möchte mit mir Zeit verbringen. Und das an einem einsamen Ort, also an einem Ort, wo er sagt, ich möchte mit dir ungestört sein. Nichts und niemand soll uns stören. Das ist eine Zeit, die ich mit dir verbringen möchte. Und ich denke dann, meine Güte, Herr, bin ich dir so wertvoll? Bin ich dir so kostbar, dass du mich einladen möchtest? Und andersherum gefragt, ist er es mir wert, dass ich mich zurückziehe an einem einsamen Ort und sage, hier bin ich, Herr. Du bist es mir wert, dass ich mir für dich Zeit nehme. Ich könnte mir jetzt nichts Schöneres, nichts Kostbareres vorstellen, weil wenn du mich einlädst, dann tust du das, weil du mit mir Gemeinschaft haben möchtest und weil ich glaube, dass du mir etwas zu sagen hast. Manchmal genieße ich das Schweigen mit Jesus und manchmal genieße ich es, einfach nur seine Worte zu hören. Und ich will glauben aufgrund seiner Einladung, dass er es genießt, wenn ich ihm mein Herz ausschütte. Das ist mehr als nur ein paar Tage Ruhe zu haben im Jahr, in der Urlaubszeit. Und dann spricht mich dieser Nachsatz von Markus an, wenn er sagt, das war ein ständiges Kommen und Gehen, dass sie nicht einmal Zeit zum Essen hatten. Vielleicht kennst du das auch, vielleicht gerade in diesen besonderen Zeiten. Irgendwie ist ja ganz viel runtergefahren worden in den letzten Wochen und Monaten. Aber dadurch ist auch vieles enger geworden. Ich merke das auch dadurch, dass unsere Jungs fast drei Monate nicht in der Schule waren. Und jetzt sind sie zwar in der Schule, aber das sind so viele Fehlzeiten, dass sie eigentlich mehr zu Hause sind als in der Schule. Und wir durch diese besondere Konstellation eigentlich kaum Zeiten für uns alleine haben. Irgendwie bin ich immer eingespannt und meiner Frau geht es genauso. Und ich merke, Mensch, es ist irgendwie immer ein Kommen und Gehen. Und manchmal fehlt einem wirklich die Zeit zum Essen. Und ich finde das schön, dass Jesus das so im Blick hat. Das Kommen und das Gehen, das Rotieren, der ganze Trubel, all das, was an uns herumknappert, was uns herausfordert, was uns überfordert. Er hat einen Blick dafür. Dieses ständige Kommen und Gehen, ja, es fordert uns heraus und Jesus sagt, und jetzt stopp. Und es ist gut. Und ich weiß, dass ich das unbedingt brauche, dieses Herausgenommensein und ihm zu folgen, in die Einsamkeit, in die Ruhe. Ich merke, wenn ich das nicht habe, nicht nur einmal im Jahr, sondern eigentlich regelmäßig, dann wird manches in mir schräg und schief und komisch. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du sagst, nee, ich brauche es auch. Und ich will hoffen und ich will glauben, dass da eine Zeit ist, wo Jesus mich einlädt. Und ich möchte sie mir nehmen, weil ich glaube, es ist das Größte, was es geben kann, wenn Gott zu uns spricht. Es gibt eigentlich nichts Größeres. Und diese Erfahrung, die wünsche ich mir immer wieder neu, nicht nur in Urlaubszeiten, jeden Tag. Und diese Erfahrung, ich wünsche sie dir auch, immer wieder neu und vielleicht erstmalig. Probier es aus, zieh dich zurück an einen einsamen Ort und dann sag einfach mal, Gott, hier bin ich. Hast du mir was zu sagen? Und dann werd still. Vielleicht hörst du ihn. Ich wünsche dir seinen Segen dafür.